Wir kommen noch zur Sprechtaste. Die Sprechtaste befindet sich da, wenn ich direkt ins Funkgerät einsprich, beziehungsweise bei den Faustmikrofonen entweder hier auf der Seite oder beim Yellow-Teil oben, beziehungsweise ich kann direkt auf das mittlere Teil drücken zum Sprechen. Wichtig, wie immer bei jedem Funkgerät zuerst überlegen, was man sprechen möchte, dann kurz drücken, bis der Bestätigungston kommt und ab dann kann man sprechen. Also immer ein bisschen abwarten. Man sieht da, sobald man drückt, welche Sprechgruppe dann aktiv ist und welcher Funkgerät quasi aktiv ist. Test und